Egal wie isoliert wir sind, in uns allen schwimmt derselbe Urinstinkt, der uns antreibt, motiviert, uns weiter nach Abenteuern suchen lässt, uns niemals aufgeben lässt, uns Ängste überwinden lässt, egal was die Folgen sind. Um die Dunkelheit in uns zu kontrollieren, müssen wir uns ständig anpassen. Die Insel ist wild geworden. Bist du es auch?